Guten Morgen und Willkommen im Black Mesa Transit System. Wir erreichen jetzt die Testlabore und die Kontrollräume in Vektor C. Hallo Gordon, ich hatte hier eine Reihe Nachrichten für dich, aber wir hatten vor ca. 20 Minuten einen Systemabsturz und ich versuche immer noch meine Dateien wieder zu finden. Ja, es ist mal wieder einer dieser Tage. Willkommen beim Schutzsystem Gage EV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber wir werden die Energie brauchen. Was zur Hölle ist mit unserer Ausrüstung los? Sie war niemals dafür ausgelegt. Ich gebe zu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Resonanzkaskade extrem niedrig ist, aber ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich bin sicher, dass Dr. Freeman das alles nicht zu hören bohr. Er ist ein bestens ausgebildeter Profi. Oh mein Gott, fangt ab! Das steht hier, man muss sich ja auch noch damit abhalten. Fangt aus! Rechnen mit ungeahnten Konsequenzen. Sie bist los, jetzt! Rechnen mit ungeahnten Konsequenzen. Rechnen mit ungeahnten Konsequenzen. Sie sind los, jetzt! Rechnen mit�ast mit drei Und dann sind Sie das. Vielen Dank.